Hallo meine kleinen Zaubermäuschen, herzlich willkommen bei UNICORN. Are you listening? Hoch die Hände, Wochenende. Heute gehen wir mal ein bisschen auf das Pfeilen ein. Wie ich finde, eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das Wichtigste im Nageldesign. Egal ob ihr ein schönes Ergebnis erzielen wollt oder einfach mal die Kunde nicht verletzen wollt, kommt ihr um das Pfeilen nicht herum. Ich kann euch an dieser Stelle nur Tipps und Tricks an die Hand geben. Jeder hat seinen eigenen Pfeilstil und entwickelt seinen eigenen Pfeilstil. Daher sucht euch einen Haufen Modelle und feilt denen das Gel per Hand ab. Also schafft euch noch keine Fräse an. Also ich in meiner Ausbildungszeit habe locker 100 Kunden das Gel abgefeilt. Also ich sage immer so mal 50 Kunden sollten locker drin sein, bis ihr eine Routine drin habt im Pfeilen. Übungshände können auch hilfreich sein. Die geben euch natürlich aber kein Feedback, wenn ihr sie verletzt. Daher lieber lebende Kunden. Erstmal was zum Thema Pfeilen. Ich persönlich benutze Zebra Pfeilen. Die sind meines Erachtens her langliebiger. Meine sind 100, 120er Körnung. Damit komme ich immer ganz gut klar. Ich habe auch gerade Pfeilen. Für Anfänger ist meistens am besten, dass sie gebogene Pfeilen nehmen. Dann kommt man besser in die Ecken rein. Es gibt natürlich einen Haufen verschiedener Pfeilen. Es gibt dünne, dicke, gebogene, grobe, feine. Also ich kann euch empfehlen, schreibt einfach mal irgendeinen Hersteller an, dass er euch mal von jeder Pfeile ein Exemplar schickt. Dann könnt ihr euch das Beste für euch raussuchen und mal so ein bisschen rumtesten, rumprobieren. Ja, euch das Ganze mal anschauen. Was ich euch allerdings an die Hand geben kann, also von meiner Erfahrung her, benutzt keine schwarzen Pfeilen. Denn jede Pfeile sondert Staub ab und bei einer schwarzen Pfeile ist das schwarzer Staub. Ist natürlich blöd, wenn ihr eine Gelmodellage macht, die transparent ist, weil dann seht ihr die schwarzen Körner in den Ecken und die kommen bei euch ins Gel rein. Ist nicht so sexy. Also schwarze Pfeilen am besten meiden. Üben, üben, üben. Mindestens 50 Modelle solltet ihr schon mal per Hand abfeilen, damit ihr erstmal eine Grundlage reinbekommt ins Pfeilen, bevor ihr erstmal daran denkt, euch eine elektrische Fräse anzuschaffen. Pfeilen entgraten. Etwas, was viele öfters mal vergessen oder gar nicht erst berücksichtigen. Wenn ihr neue Pfeilen habt, sind die an den Kanten sehr scharf. Das solltet ihr irgendwie entfernen. Nehmt euch einfach eine alte Pfeile und geht an den Seiten entlang. Ist schnell gemacht und ihr minimiert das Verletzungsrisiko. Genauso wie mit Buffern. Buffern sind auch, wenn ihr die neu benutzt, recht scharfkantig an den Kanten. Da macht ihr einfach dasselbe. Entgraten. Fertig. So, wie haltet ihr die Pfeile am besten? In vielen Schulungen, die ich gegeben habe, haben viele sie so gepackt. Ist natürlich sehr unsexy und sieht auch extrem scheiße aus. Also wie so ein Bauer sollte sie sich nicht anfassen. Ich persönlich nehme die beiden Finger und zur Stabilisierung den Zeigefinger und gehe dann locker aus dem Handgelenk und aus dem Unterarm feile ich die Kunden. Guckt euch einfach mal so ein bisschen an, wie ich so die Hand bewege, wie ich den Arm bewege und vielleicht könnt ihr euch das ein bisschen abschauen und nachmachen. Den Nagel des Kunden möglichst festhalten, sodass der Nagel nicht hin und her wackeln kann. Ihr könnt den Kunden damit nicht wehtun. Einfach fest zupacken. Ihr brecht ihm damit nicht den Finger und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Benutzt alle eure Finger, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Das heißt, zieht die Haut zur Seite, schiebt die Haut zur Seite, dreht den Finger, macht alles mit dem Finger der Kunden, was ihr braucht, um den Finger richtig zu feilen. Wie ich schon öfter gesagt habe, benutzt euren Daumen als Abstandshalter. Jetzt sagen bestimmt wieder manche, das kann nur ein Mann sagen, der keine Fingernägel hat. Aber ihr müsst auch mal auf eure Fingernägel scheißen, ehrlich gesagt. Ein Kunde ist König und ihr müsst ein perfektes Feilergebnis haben. Und bevor ihr so über den Nagel, über den kompletten Finger rutscht, nehmt lieber euren Daumen und feilt an ihm entlang. Genauso wie den Mittelfinger, den könnt ihr auch als Abstandshalter benutzen. Packt den hier an die Seite und dann feilt einfach an dem Finger entlang, so kommt ihr hier nicht auf die Haut. Benutzt auch all eure Sinne beim Feilen. Ihr könnt es nicht nur sehen, ihr könnt es auch hören, wann der Naturnagel anfängt und ihr könnt es auch fühlen. Weil der Naturnagel lässt sich komplett anders feilen als das Gel. Das Gel ist immer ein bisschen härter und der Naturnagel ist weicher. Deshalb passt mal ein bisschen auf beim Feilen. Ihr merkt beim Feilen schon, wann ihr auf dem Naturnagel angekommen seid. Nur riechen könnt ihr es nicht, es sei denn jetzt feilt so schnell, dass der Nagel anfängt zu brennen. Den Naturnagel solltet ihr am besten mit einer 120er bis 180er Körnung feilen, weil alles darunter ist zu grob. Da feilt ihr den Naturnagel zu stark an und könnte die Kundin auch verletzen. Wenn ihr den Übergang eines Stips feilt oder eine Auffüllung macht, feilt nur auf dem Gel. Möglichst wenig auf dem Naturnagel. Hierzu eine kleine Animation. Denn umso mehr ihr auf dem Naturnagel feilt, umso dünner wird er und dann habt ihr da so eine rote Stelle. Sieht natürlich scheiße aus und solltet ihr vermeiden. Wenn ihr die Seiten feilt, zieht am besten die Feile in eure Richtung. Wenn ihr es andersrum macht, ist es relativ unangenehm für den Kunden und das solltet ihr vermeiden. Zudem könnt ihr auch, wenn ihr es nach oben schiebt, kommt ihr leichter hier oben an die Nagelhaut und könnt den Kunden halt auch schnell verletzen. Also immer nur zu euch ziehen am besten. Ihr habt auch die Kontrolle über die Hand der Kundin. Macht es euch so einfach wie möglich. Also ich mache es immer so, ich arbeite mich vom Kleinen rüber. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel am Ringfinger angekommen bin, nehme ich den kleinen Finger und lege ihn in meine Hand. So habe ich ihn schon mal aus dem Weg und die Kundin kann nicht mit den Fingern im Weg rumfuchteln. Und so geht es dann weiter. Wenn ich mit dem Ringfinger fertig bin, nehme ich den Zeigefinger. Wenn ich mit dem Zeigefinger fertig bin, nehme ich den Ringfinger und der Daumen ist eh separat. Ganz einfach. Aber sucht euch euer eigenes System. Das ist mein System und ich kann es euch nur als Tipp geben. Falls ihr den Kunden doch mal verletzt habt, desinfiziert die Wunde auf jeden Fall. Und dann nehmt euch eine Zellette, falls ihr da an der Ecke noch feilen müsst, legt sie auf die Wunde, legt euren Daumen drauf und geht dann an euren Daumen entlang. So kommt ihr nicht mehr an die Wunde und ihr könnt die Ecke noch fertig feilen. Genauso wie an der Seite. Nehmt die Zellette, legt sie auf die Wunde an die Seite und dann könnt ihr hier weiter feilen. Könnt den Daumen natürlich auch so legen. Geht natürlich auch. Und an der Seite weiter feilen. Genauso wie mit der anderen Seite. Nehmt euren Mittelfinger. So. Und dann feilt da entlang. So kommt ihr nicht an die Wunde dran. Und es kommt auch nicht so viel Staub und Feilstaub in die Wunde. Und ihr könnt die Ecke fertig feilen. So, das war es mit dem Thema Feilen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, üben, üben, üben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und gebt nicht auf, selbst wenn es nicht direkt beim ersten Mal klappt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne sharen, teilen, liken. Und ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Euer Chris. So, das war es mit dem Thema Feilen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, üben, üben, üben.